Formationen und Ehrenkompanien, habt Acht! Es folgt nun eine Ehrensalbe für die Geehrten. Ehrenkompanie des West-Tiroler-Schützenbundes, Generale Charles Schiller führen. Applaus 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 Die haben sich aber auch noch mitgenommen. Bitte Züge durchmarschieren. Die Defilierung findet in Burmendorf aus, in St. Korten auf der linken Seite statt. Also ganz wichtig, Defilierung auf der linken Seite. Und er ist heute in der ersten Sprache. Der dritte Brust hatte die Aufmerksamkeit. Vorher nach hinten ist die Gefangenheit. ... Musik, flüssigen Applaus zu erzeugen im Form von drei Firmen anhandern. Ich glaube, den Weg wird es kurz schnellst. Das war jetzt sausau knapp. Die Stimmen sind schon fast fremd, ja fast rotmäst, aber dank der Mama der Schützenkompagnie haben Dinge. Hau mir rein! Musik, flüssigen Applaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018